Ich habe mir noch einmal geschaffen, am Europäischen Parlament, wo noch keine Sitzungen sind, noch am 14. Juli bis 29. August, hatte man nach der Wirtschafts- und Währungskommission den Kommissär, den Zuständiger zu steuern. Ich habe nur bedauert, dass kein Akkord kommen muss bei der Finanzministerin, dass die Kommerzelektronik, dass die Servisse sollen in Zukunft nicht mehr im Ursprungsland, sondern mehr im Land, wo der Konsumateur bezahlt wird. Ich mache nur die Konträge und ich bin ganz froh, dass ich kein Akkord kriege, weil das nicht durchzufeiern sei praktikabel und das auch nicht richtig ist. Sicher sind Servisse wie AOL, zuletzt, wo ich mir nicht aus der TBA habe, aber das ist aber kein Grund dafür, dass sie nur ein unmenschliches System wollen, und dass sie nicht kontrollieren und überhaupt nicht durchzufeiern, was ich professionell mache. Selbstverständlich geht es um Rätsel über Taxisen, besonders um Alkohol. Die finnische Präsidentschaft, die will eine Priorität machen aus ihrem Kampf gegen Alkoholismus. Aber ich habe schon gesagt, dass das nicht das Problem ist, wenn die Leute sich voll trinken, am Wochenende, dann machen sie das auch nach von Taxisen heissen. Und sie machen es weiter, weil bei uns Taxisen nicht so heissen sind. Und ich sehe nicht dann, für was man soll in Loh, dass die Taxisen um Bär um 30% heissen, und um Wein der Satz null aufschaffen, was nicht gut ist für den moderierten Weihkonsum. Übrigens könnte dabei, dass die Reisregierungen die ganz dumme Decision wollen, dass von den Autofierden nicht mehr wie 0,5% der Fonds, dass nach keinem mit 0,8% den Daut geführt wird und nicht mit 0,5%, dass als Schuss eine Maßnahme, die zu gutem Eist feiert, was den Daut durch Alkoholismus auf der Straße betrifft, mit den Maßnahmen, die zu feiern, dass die Restaurants noch weiter an Kaffee weiter gingen, Leiden an, wo wirklich der Moment keine Interesse, so unüberleucht, Masuren hier zu Lützebüch zu holen.